Moin Leute, mein Name ist Klaas und in diesem Video zeige ich euch, welches Homeoffice-Zubehör ich 2022 am liebsten nutze. Die Links zu den Sachen, die ich euch zeige, findet ihr unten in der Beschreibung. Das hier ist quasi so ein bisschen der Auftakt zu meinen Schreibtisch-Setup-Videos, aber keine Sorge, ich werde auch weiterhin Videos zu den anderen Themen auf meinem Kanal machen. Dann schauen wir uns jetzt mal an, welches Homeoffice-Zubehör ich so nutze. Viel Spaß! Als Schreibtischplatte nutze ich hier diese Linoleonplatte. Ich bin ein riesen Fan von dem Grau. Generell hat diese Oberfläche zwar das Problem, dass sie besonders empfindlich ist, aber das Aussehen macht es definitiv wieder wett. Ich habe zwar jetzt noch keinen Schreibtisch, an dem ich auch im Stehen arbeiten kann, bzw. ich habe noch keine Beine, die sich ausfahren lassen und im Stehen zu arbeiten, aber wie gesagt, ist in Planung und ihr bekommt auf meinem Kanal auch noch Updates dazu. Die Schreibtischunterlage, die ich nutze, ist von Orbit Key und ich habe wirklich lange überlegt, ob ich sie mir kaufe, weil sie verhältnismäßig teuer ist. Aber ich kann euch sagen, ich habe den Kauf nicht bereut. Besonders schätze ich den Look der Kunstleder-Unterlage. Es gibt kein auffälliges Logo und das Material ist gut verarbeitet. Neben dem edlen Aussehen hat die Schreibtischunterlage auch noch ein paar Extra-Funktionen, die ich regelmäßig in meinem Alltag nutze. Notizen, die ich oft brauche, kann ich hier zwischen den Unterlagen verstauen. Hier oben befindet sich ein Magnetstreifen, mit dessen Hilfe sich Kabel ganz einfach einklemmen lassen, wenn ihr sie gerade nicht braucht. Seit ein paar Jahren nutze ich die MX Master Keys als meine Tastatur. Sie hat damals meine Apple-Tastatur abgelöst und ich musste mich erst einmal an den Abstand zwischen den Tasten gewöhnen. Ist aber heute kein Problem mehr für mich. Ich finde die Bedienbarkeit und das einfache Wechseln zwischen den verschiedenen Geräten fantastisch, da ich teilweise mit Windows oder mit macOS arbeite. Passend zur Tastatur nutze ich die MX Master 3 Maus. Wie auch schon bei der Tastatur kann ich hier zwischen den verschiedenen Geräten hin und her schalten, ohne große Probleme. Und ihr könnt den Tasten über die dazugehörige App individuelle Funktionen geben. Die Maus liegt angenehm in der Hand, ist gut designt und es lässt sich sehr angenehm damit arbeiten. Für ein angenehmes Arbeiten im Homeoffice brauche ich einen aufgeräumten Schreibtisch und einen Bildschirm, den ich mir so zurechtdrücken kann, wie ich das gerade möchte. Mit solch einer VESA Monitorhalterung lässt sich der Bildschirm schnell und einfach in eine angenehme Höhe verstellen. Besonders wichtig war mir hierbei der Standfuß bzw. die Form des Standfußes. Ich habe damals mal ein bisschen bei Amazon geguckt und wirklich fast alle Bildschirmhalterungen hatten unten so eine breite Platte und es war einfach nicht das, was ich haben wollte. Nach langem Suchen bin ich dann auf diese Halterung gestoßen bzw. auf diesen Standfuß und ich finde das Design wirklich klasse. Ich kann jetzt hier ganz einfach den Bildschirm nach vorne, nach hinten, nach oben oder nach unten bewegen und er bleibt auch in der Position stehen, in die ich ihn bewegt habe. Vielleicht ist es nicht der beste Arm auf dem Markt, ich kann das so leider gar nicht genau sagen, aber Preis, Qualität und auch Design stimmen hier. Ich kann euch diese Bildschirmhalterung definitiv empfehlen. Als nächstes zeige ich euch die Lightbar von BenQ. Die Lightbar nutze ich täglich mindestens 8 Stunden und ich kann sie jedem empfehlen, der empfindliche Augen hat und viel am Computer arbeitet. Ist die Lightbar richtig eingestellt, spiegelt sie nicht auf den Bildschirm und spendet auf angenehme Art und Weise Licht. Die Lightbar hat eine Funktion, mit der sie sich automatisch an die Lichtverhältnisse im Raum anpasst und das funktioniert auch ziemlich gut. Ansonsten lässt sich über diese Taste aber auch die Intensität einstellen. Und hier die Farbe des Lichtes. Die Lampe muss lediglich an einem USB-Anschluss angeschlossen werden und sorgt für einen cleanen Look. Wenn euch mein Video einen Mehrwert gibt, wäre es großartig, wenn ihr auf den Abonnieren-Button klickt, um mich so langfristig zu unterstützen. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was euer Highlight bei eurem Homeoffice-Setup ist. Bleiben wir mal beim Thema Beleuchtung. Ich bin ein großer Fan von indirektem Licht, da es zum einen nicht blendet und zum anderen eine angenehme Arbeitsatmosphäre schafft. Als Backlight für meinen Bildschirm nutze ich keine Lightstripes oder so, sondern die Philips Hue Playbar. Die Lichter kommen mit einer Befestigung, die von hinten an den Bildschirm drangeklebt wird. Und über die App lassen sich verschiedene Farben einstellen. Hier könnt ihr nicht nur die Farben einstellen, sondern auch die Intensität des Lichtes. Auch wenn es eine riesige Auswahl an Farben gibt, nutze ich zum Arbeiten wirklich nur helles oder hellgelbes Licht. Persönlich habe ich schon das Gefühl, mit den eingeschalteten Lichtern länger an meinem Bildschirm arbeiten zu können. Übergangsweise nutze ich im Moment als Kopfhörer für meinen Alltag die Sony WH-1000XM3 Kopfhörer aus dem Jahr 2018. Das Noise-Canceling ist bis heute wirklich top und auch das Design ist immer noch zeitlos und schick. Zwar ist die Steuerung auf der Seite über das Touchpad nicht besonders intuitiv, aber da ich die Kopfhörer überwiegend im Homeoffice oder auf Reisen nutze, fährt mir das nicht ins Gewicht. Das einzige Manko ist die Qualität des Mikrofons. Der Klang ist wirklich nicht besonders gut. Wenn euch das nicht stört, bekommt ihr im Moment die XM3 für ca. 200 Euro bei Amazon. Was jetzt kommt, kennen vielleicht schon ein paar von euch aus meinen anderen Videos, aber es gibt viele neue Abonnenten und Abonnentinnen und ich möchte Ihnen dieses USB-Hub nicht vorenthalten. Das Anker Power Expand plus USB-C Hub bietet 11 verschiedene Anschlussmöglichkeiten. Das Design passt super zu Form und Farbgebung meines MacBooks und es lässt sich einfach und schnell verstauen. Es hat einen HDMI-Anschluss, einen Displayport-Anschluss, zwei USB 3.0 sowie einen Ethernet- und Audio-Anschluss. Außerdem habt ihr hier auch einen USB-C-Zugang, über den ihr auch euren Laptop laden könnt. Mit diesem Adapter seid ihr wirklich gut für die gängigen Anschlüsse gewappnet. Ich arbeite eigentlich größtenteils mit meinen Kopfhörern, aber wenn ich dann doch mal Lust habe, Musik zu hören, nutze ich meine Sonos One SL Lautsprecher. Ich nutze das Sonos System über Airplay 2 in Verbindung mit dem HomePod Mini in meiner ganzen Wohnung und es ist ein angenehmes Klangerlebnis. Ich finde es beeindruckend, wie gut die Qualität des Klangs von so einem kleinen Lautsprecher ist und es macht wirklich Spaß, damit Musik zu hören. Ich hoffe, ihr konntet etwas mit meinem Video anfangen. Im Abspann findet ihr jetzt noch weitere Videos, die euch interessieren könnten. Gebt mir gerne ein Like und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.